Musik Wir befinden uns am Ufer des Nils, im äußersten Süden Ägyptens vor dem Tempel von Abu Simbel. Diese 20 Meter hohen, in den Fels gehauenen Kolosse gehören zu den größten Statuen Afrikas und sind über 3000 Jahre alt. 1965 werden die Kolossalstatuen unter Zeitdruck in Stücke zersägt, bevor ihr Standort im großen Nasser Stausee versinken wird. Für die Kameraleute, die diese Bilder drehen, ist das Projekt ein Glücksfall, ein Scoop. Für die Archäologen ist die Methode, mit der dieses Kleinod der Antike gerettet werden soll, die schlechtmöglichste Lösung. Diese Bilder von Abu Simbel wurden einige Jahre vor Beginn der Rettungsarbeiten im Cinema-Scope-Verfahren aufgenommen. Die in den Sandstein gehauenen Kolosse sind außerordentlich gut erhalten. Alle vier stellen Pharao Ramses II. dar. Im Innern führt eine Tempelanlage 60 Meter tief in den Fels. Tatsächlich sind es zwei Tempel. Neben dem großen Tempel liegt weiter rechts noch ein zweiter, kleinerer, der der königlichen Gemahlin Nefertari, der Lieblingsfrau von Pharao Ramses II. geweiht ist. Welche Bedeutung hatten die beiden Heiligtümer von Abu Simbel, die über 1000 Kilometer vom Nil-Delta-Fluss aufwärts und weit ab der Hauptstadt des Pharaonenreiches liegen? Warum wurden sie in so großer Eile demontiert? Die Gesamtkosten der Rettungsaktion unter der Bauleitung des Essener Konzerns Hochtief beliefen sich auf etwa 80 Millionen US-Dollar. Wer hat das Projekt finanziert und die Arbeiten ausgeführt? Für die Journalisten vor Ort sind die Vorarbeiten nicht sonderlich spannend. Es gibt nichts weiter zu drehen, als einige Teams die Messungen vornehmen. Diese Aufnahmen sind daher recht monoton und uninteressant. Auch die Wände und Decken im Innern des Tempels sollen zersägt werden. Noch einmal zurück. Der Nubier, der hier den Technikern zur Hand geht, ist einer von vielen, die auf der Baustelle arbeiten. Einige leben ganz in der Nähe der Tempel. Ihre Heimatregion, Nubien, erstreckt sich entlang des Nils von Südägypten bis in den Norden des Sudan. Das Nil-Hochwasser sorgt seit jeher für einen schmalen, fruchtbaren Landstreifen an beiden Ufern. Doch der neue Stausee, dessen Damm sich bereits im Bau befindet, wird ihre Dörfer verschlingen. Der Staudamm soll eines der größten Bauwerke seiner Art werden. Der Assuan-Staudamm, genannt Esad el-Ali, ist ein Projekt des ägyptischen Staatspräsidenten Nasser und wird mit finanzieller Unterstützung der UdSSR gebaut. Die Sowjetmacht stellt auch Ingenieure und Material zur Verfügung, wie diese vier kyrillischen Buchstaben zeigen, SSSR. Der Staudamm soll die Kontrolle der abfließenden Wassermengen, eine Ausdehnung der landwirtschaftlichen Flächen und eine erhebliche Steigerung der Stromproduktion ermöglichen. Auf der Baustelle arbeiten über 30.000 ägyptische Arbeiter. Die Kameraleute, die nach Ägypten kommen, um in Abu Simbel zu filmen, fliegen zunächst nach Kairo. Von dort geht es auf dem kürzesten Weg nach Süden, ein Flug von 850 Kilometern bis nach Assuan. Das ist teuer, aber am schnellsten. Anschließend führt eine schlechte Piste ins 280 Kilometer entfernte Abu Simbel. Wer die Autofahrt scheut, kann zwischen einem kleinen Flugzeug und einer dreitägigen Flussfahrt auf einem Touristenschiff wählen. Der Hochdamm soll die Region in einen riesigen Stausee verwandeln, der mindestens 50 Meter tief sein wird. Doch zurück nach Abu Simbel im Frühjahr 1964. Hier hat es sicher seit 3000 Jahren keine derartige Betriebsamkeit gegeben. Der gesamte Bereich vor dem Tempel ist bereits eine einzige Baustelle. Noch einmal zurück. Dieser Damm musste in aller Eile errichtet werden, da der Wasserstand schon zu steigen begann. Und noch etwas. Es wurden große Mengen Sand herangekarrt, um die Statuen am Eingang des Tempels gänzlich mit einer künstlichen Düne zu bedecken. Das ist Nefertari, die Lieblingsgemahlin von Ramses II. Und hier der Pharao. Diese Bilder zeigen, dass die Arbeiten an der Düne beendet sind. Die vier Kolossalstatuen sind unter dem Sand verschwunden. Nun können die Friese oberhalb der Statuen zerlegt und der Hügel dahinter abgetragen werden. Noch einmal zurück. Dieser Scheinwerferturm weist darauf hin, dass wegen des steigenden Wasserspiegels Tag und Nacht gearbeitet werden muss. Nach einer vierjährigen Planungsphase, in der weltweit Spenden gesammelt wurden und die Experten über das beste Verfahren nachdachten, muss es nun schnell gehen. Dieser Tunnel führt durch die Düne hindurch ins Innere des Tempels. Die Touristen, die mit den Ausflugsbooten kommen, gehören zu den letzten, die Abu Simbel noch besichtigen können, bevor der Tempel an einen Ort weiter oben auf dem Hügel und in einiger Entfernung zum Fluss verlegt wird. Hier die vier Statuen am Eingang des Tempels. Ein enger Gang führt zu 14 Kammern, die auf Befehl des Königs in den Fels gehauen wurden. Die geräumigste ist größer als ein Tennisplatz. In der letzten Kammer, 62 Meter vom Eingang entfernt, sitzen diese vier Statuen. Zweimal im Jahr geschieht das sogenannte Sonnenwunder. Um den 22. Oktober beleuchten die Sonnenstrahlen erst die Statue des Amun-Re von Theben, dann die des vergöttlichen Ramses und schließlich die des Reharachte von Heliopolis. Um den 22. Februar geschieht dasselbe noch einmal umgekehrt. Zunächst der Sonnengott, dann Ramses II. und schließlich Amun werden für einige Augenblicke in helles Sonnenlicht getaucht. Der links sitzende Gott der Finsternis, Ptah von Memphis, bleibt, mit Ausnahme seiner linken Schulter, im Schatten. Wegen dieses Spiels mit dem Sonnenlicht sollen die beiden Tempel weiter oben auf dem Hügel in exakt derselben Ausrichtung zur Sonne wieder aufgebaut werden. Die Besichtigung der 14 Kammern wird immer schwieriger. Decken und Wände müssen verstärkt und abgestützt werden, damit der Hügel von oben abgetragen und das Gestein zersägt werden kann. Wir befinden uns im größten Raum, der 300 Quadratmeter großen Halle, in der sich acht Statuen gegenüberstehen. Alle stellen ganz offensichtlich Ramses II. dar. Diese Bilder entstanden, als der Tunnel noch nicht existierte und der Tempel direkt zugänglich war. Hier sehen wir im Querschnitt den Hügel, die Tempelkammern und die Statuen. Nun, da die Kolosse unter dem Sand gut geschützt sind, wird der Hügel bis auf eine Höhe von 80 Zentimetern über den Tempeldecken abgetragen. Anschließend wird der obere Teil der Statuen zerlegt und abtransportiert. Dann sind Decken und Wände an der Reihe. Sie werden von hinten nach vorn, Kammer für Kammer zerlegt und an den neuen Standort des Tempels gebracht. Zuletzt wird der schützende Sand entfernt, um die Kolosse von oben nach unten zersägen zu können. Die Kameraleute wollen an dem Teil des Hügels drehen, der bis zur Decke der Tempelkammern abgetragen werden muss. Ein wahrhaft titanisches Werk, das viele Monate dauern wird. Diese Fotografie entstand in den 1870er Jahren. Auf dem Nil ist nicht das kleinste Boot zu sehen und am anderen Ufer findet sich keine Spur von einem Dorf. Die Sonne steht direkt gegenüber dem Tempel. Es ist also früh am Morgen. Später am Tag hat der Fotograf Emil Béchard, der in Kairo lebt, noch ein weiteres Bild aufgenommen. Dass es mit H. Béchard gezeichnet ist, liegt daran, dass sein Bruder Hippolit die Fotos in Frankreich vertreibt. Im Laufe der Zeit hat der Wind vor dem Tempel eine Düne angehäuft, die uns aus diesem Aufnahmewinkel den Blick auf den Eingang versperrt. Er befindet sich ungefähr hier. Einer der Kolosse hat seinen Kopf und seinen Oberkörper bei einem Erdbeben verloren. Zu seinen Füßen sind zwei Männer zu sehen, Nubier, die wahrscheinlich Begleiter des Fotografen sind. Rechts hinter ihnen sind Hieroglyphen zu erkennen. Von oben nach unten gelesen steht da König von Ober- und Unterägypten. In die Kartusche ist einer der Namen von Pharao Ramses II. gemeißelt. Weiter unten steht Lebender. Diese Inschriften sind fast 3000 Jahre alt und in diesen 3000 Jahren haben sich noch viele andere im Fels verewigt. Das hier beispielsweise ist ein Text in altgriechischer Sprache. Er ist nur teilweise erhalten und berichtet vom Feldzug eines nubischen Königs. Gleich darunter steht A.Smart. Wahrscheinlich der Name eines Besuchers im 19. Jahrhundert. Schauen wir weiter oben. El-Punkt Cerrutti, 21. Februar 1845. Und noch weiter oben ist deutlich der Name Lesseps zu erkennen. Ferdinand de Lesseps hat die Region im Jahr 1857 bereist, noch bevor er den Suezkanal baute. Im Gegensatz zu den vielen anderen Reisenden begnügt sich Emile Bouchard damit Fotos zu machen. Sie sind Teil einer Reportage über Ägypten, die 1878 auf der Pariser Weltausstellung mit 16 Millionen Besuchern große Aufmerksamkeit erregen wird. Diese Bilder entstehen 60 Jahre später, 1938 in Kairo auf der Terrasse des Shepherds. Die Gäste dieses Hotels sind begüterte Reisende auf Ägyptentour. Gegenüber der Terrasse steht der Name Dimitrino, ein damals bekannter Hersteller ägyptischer Luxuszigaretten. Agatha Christie's Roman »Tod auf dem Nil« spielt in Hotels auf und am Nil. Die Autorin liebte ihre Aufenthalte in diesen Hotels, zusammen mit ihrer Mutter und später mit ihrem Mann. Das Shepherds liegt einige Kilometer von den drei großen Pyramiden von Gizeh entfernt. In der Mitte die Chefren-Pyramide mit ihrer Kalksteinverkleidung an der Spitze, rechts die 140 Meter hohe Cheops-Pyramide. Auf ihr wurden diese Bilder gedreht. Unterhalb der Pyramide steht ein weiteres Luxushotel. Das Männerhaus wurde 1869 eröffnet. Das Land zieht seit Napoleons Zeiten Besuche an. Und seit genauso langer Zeit bietet das antike Ägypten Stoffe zahllose Romane und später auch Filmstoffe. Hier ein Ausschnitt aus dem Trailer des Hollywood-Films »Das Tal der Könige« aus dem Jahr 1954. Wohlgemerkt, mit dem Auto sind es vom Tal der Könige nach Abu Simbel 500 Kilometer, wo mehrere Szenen spielen. Stopp! Rechts hinter dem Titel sind die Kolossalstatuen am Eingang des Tempels zu erkennen. Und noch ein Ausschnitt. Stopp! Noch einmal zurück. Hinterhalt in Abu Simbel. Die große Action-Szene des Films, in der der Schurke im Kampf getötet wird, spielt ganz offensichtlich in Abu Simbel. Doch zurück zu unserer Baustelle im Frühjahr 1966, auf der Tag und Nacht gearbeitet wird. Inzwischen ist eine entscheidende und heikle Phase erreicht. Die Ramses-Köpfe werden per Hand abgesägt. Mit dieser Arbeit sind italienische Spezialisten betraut. Der Schnitt darf nicht breiter als 6 bis 8 Millimeter sein, sonst war alles umsonst. Das ist alles andere als leicht. Denn zwischen den beiden Ohren liegt über 4 Meter dickes Gestein. Glücklicherweise wurde auch der Ton aufgenommen. Eine seltene Gelegenheit, der nächtlichen Geräuschkulisse in Abu Simbel zu lauschen. Tagsüber wird das Zerlegen der Köpfe fortgesetzt. Ein spektakulärer Moment. Die Länder, die zur Finanzierung beigetragen haben, lassen auf der Baustelle filmen. Diese Bilder beweisen, dass die Arbeiten gut vorangehen. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Rettung von Abu Simbel. Filmemacher und Fotografen sind eingeladen, diese Arbeitsphase unter den bestmöglichen Bedingungen zu begleiten. Noch einmal zurück. Stopp. Die gesamte Schnittkante wurde mit einer Art Bandage versehen, um zu vermeiden, dass sie beim Sägen abbröckelt. Einige Augenblicke später. Der Fotograf am linken unteren Bildrand signalisiert den Arbeitern, dass sie beiseite treten sollen. Doch nicht alle verstehen, dass er sie nicht auf dem Foto haben möchte. Zu spät. Die Einzelteile der Statuen wiegen jeweils rund 30 Tonnen. Sie werden mit Hilfe eines Krans auf Lastwagen verladen, die sie an ihren neuen Standort bringen. Mit dem nächsten Kopf wird ebenso verfahren. Das irrwitzige Projekt der Verlegung von Abu Simbel ist unter anderem die Idee der französischen Archäologin Christiane de Roche-Noblecourt. Hier ist sie in einer anderen Tempelanlage zu sehen, die ebenfalls vom Untergang bedroht ist. Das Ägyptische Kulturministerium und die UNESCO haben das Projekt vorangetrieben. Abu Simbel ist für die UNESCO die erste Rettungsaktion dieses Ausmaßes. Diese herausgeschnittene Steinplatte stammt aus dem engen Gang am Eingang des Tempels. Einen Moment. Die rechte Figur mit den Lilien auf dem Kopf stellt Oberägypten dar. Die zweite Figur trägt ein Büschel Papyrus auf dem Kopf und symbolisiert Unterägypten. Zusammen stehen sie für die Union von Ober- und Unterägypten und die Macht des Pharao Ramses II. Diese Bilder sind einige Wochen später entstanden. Von den vier Kolossen am Eingang des Tempels sind nur noch die Füße übrig. Auch die Wände und Decken der 14 Tempelkammern im Hintergrund wurden bereits abtransportiert. Diese Art und Weise, einen 3000 Jahre alten Tempel zu zerlegen, missfällt den Archäologen sehr. Doch aufgrund des Zeitdrucks gibt es keine andere Lösung. Der über 500 Kilometer lange neue Stausee, der sich vom Hochdamm südlich der Stadt Aswan bis über die Grenze zum Sudan hinaus erstreckt, wird weder die Tempel von Abu Simbel noch die rund 20 kleineren Monumente verschlingen. Die meisten werden zerlegt und anderswo neu aufgebaut. So sind sie in Zukunft für Touristen leichter zugänglich. Doch diesen vier Monumenten steht eine viel weitere Reise bevor. Der Tempel von Dendur beispielsweise wird nach New York geschickt. Hier einige der Aufnahmen des Tempels. Dendur ist ein Geschenk an die Amerikaner, als Dank dafür, dass die USA ein Drittel der Rettungsaktion von Abu Simbel finanzieren. Der Tempel wurde bereits in einzelne Blöcke zerlegt. Sie werden nun vermessen, vorsichtig in Kisten verpackt und nach Kairo transportiert. Anschließend geht es per Frachtschiff nach New York. Dort soll der kleine Tempel dann im Metropolitan Museum of Art vollständig wieder aufgebaut werden. Der Tempel von Amada wird nur knapp drei Kilometer weit verlegt. Doch dieses Projekt ist ein echtes Geduldsspiel. Die erste Phase besteht darin, das Heiligtum auszugraben und es in einem Stück auf Schienen zu setzen. Ja, auf Schienen. Im Innern befinden sich gut erhaltene Gipsen, des Reliefs. Sie wären verloren, wenn der Tempel zersägt würde. Doch er wiegt 900 Tonnen und das Gelände ist abschüssig. Daher können nicht mehr als 25 Meter pro Tag zurückgelegt werden. Die Arbeiten werden außerdem dadurch behindert, dass die vorhandenen Gleise nur 150 Meter lang sind. Es ist Christian de Roche-Noblecourt zu verdanken, dass auch der Tempel von Amada vor dem Versinken gerettet werden kann. Das Projekt wird von Frankreich finanziert. Nach einem dreimonatigen Transport ist der Tempel nur noch wenige Tage von seinem geplanten neuen Standort entfernt. Zurück nach Abu Simbel. Diese Aufnahmen zeigen vor dem Hintergrund des Nils einen Schienenweg. Rechts und links davon lagert ein Teil der über 1000 Teile, aus denen die beiden Tempel wieder aufgebaut werden sollen. Noch einmal zurück. Aus allen Steinblöcken ragen Metallstangen heraus. Bei diesem hier sind es vier. Bei diesem kleineren Block sind es nur zwei. Mit Hilfe dieser in den Fels gerammten Stangen können die Blöcke mit einem Kran angehoben und umgesetzt werden, ohne das Gestein zu beschädigen. Einen Moment. Unter dem Steinkopf liegt eine Matte. Damit die durch die Säge angegriffenen Oberflächen gut geschützt sind, werden alle Köpfe bis zum Wiederaufbau der Tempel auf Matten gelagert. Nun können die Gesichter der Kolosse aus der Nähe betrachtet werden. Ein Traum für jeden Archäologen. Doch allmählich wird das Geld knapp. Daraufhin produziert die Zeitschrift Reader's Digest einen siebenminütigen Film, in dem die amerikanische Öffentlichkeit dringend um Spenden gebeten wird. Den Kommentar spricht der bekannte Journalist Lowell Thomas. Hier das Ende des Films. Und das ist wo wir heute stehen. Der Tempel in Frieden erwartete ihre Rebirth. Es ist aus Gefängnis. Aber 3.5 Millionen Dollar muss sich eröffnet um es zu verbinden. Without diese Auch die Eigentümerin des Readers' Digest spendet persönlich eine Million Dollar für die Rettung von Abu Simbel. Der lang erwartete Moment ist gekommen. Die Köpfe der Statuen werden wieder an ihren Platz gesetzt. Dies kann nur an einem vollkommen windstillen Tag geschehen. Eine Präzisionsarbeit. Noch einmal zurück. Einige Bilder, die an diesem Tag entstehen, werden Symbolkraft erlangen. Dies ist die erste Rettung eines bedeutenden Monuments unter der Ägide der UNESCO. Als diese Luftbilder gedreht werden, ist der ursprüngliche Standort des Heiligtums bereits überflutet. Die Tempel wurden weiter oben mit exakt derselben Ausrichtung zur Sonne neu errichtet. Eine Meisterleistung. Und noch etwas. Hinter den Kolossen lässt sich ein bogenförmiges Bauwerk erahnen. Es handelt sich um eine gewaltige Betonstruktur, die das Gewicht eines künstlichen Hügels hinter den Statuen tragen soll. Allein diese Arbeiten kosten ein Vermögen, denn alles muss hier in dieser Wüstenregion auf dem Nil herbeigeschafft werden. Es ist unmöglich, Abu Simbel originalgetreu wieder aufzubauen, aber es wird alles getan, um diesen Eindruck zu vermitteln. Noch ist die Betonstruktur erkennbar. Sie wird später mit Stein verkleidet, um möglichst echt auszusehen. Diese Aufnahmen zeigen den neuen Standort des zweiten Tempels, der Nefertari geweiht ist. Durch die spektakuläre Rettungsaktion wird Abu Simbel weltweit bekannt und zu einer Hochburg des ägyptischen Tourismus. Jahre später. 250 Kilometer weiter nördlich. Die für Abu Simbel entwickelten Methoden ermöglichen auch die Rettung des Tempelkomplexes von Phile, ein weiterer Schatz der Antike. Auch dieses Projekt wird von der UNESCO koordiniert. Im Hintergrund ist ein Scheinwerfer zu erkennen. Genau wie in Abu Simbel wird auch hier Tag und Nacht gearbeitet. Bereits vor dem Bau des Hochdams wurde Phile durch das jährliche Nil-Hochwasser überschwemmt. Nun werden die Tempel auf einer benachbarten, höher gelegenen Insel neu errichtet. Nach der erfolgreichen Rettung der Tempel und Statuen von Abu Simbel, Amada, Dendur, Phile und über 20 weiteren historischen Heiligtümern entlang des Nils, entsteht in den 60er Jahren die Idee des Weltkulturerbes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017